Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, im letzten Part, da haben wir den dritten Turm abgeschlossen. Und ich hab was rausprobiert, denn wir haben ja die eine... kam ja an die eine Truhe nicht ran und ich hab einfach ein bisschen rumprobiert und rumprobiert, weil ich mir dachte, hm, irgendwie müssen wir da rankommen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Tja, ihr seht und staunet oder so. Fuck, falscher Knopf. Ah, ja. Achso, ja. Oh mein Gott, geh weg. Yeah, kaputt, okay. Wir gehen hier mal rüber, so ganz gemütlich. Mein Diener, mein Blatt. Und dann hab ich was ausprobiert. Ich bin einfach mal hier entlang gelaufen. Cool, ne? Aber das kann. Voll krass. Ja, aber die Truhe hab ich nicht geöffnet. Oh, eine Halleknalle, die wollte ich nämlich mit euch zusammen öffnen. Bin ich nicht nett? Ja, ich bin doch total nett. Ist halt stolz auf mich. Hallo? Wir lassen uns nicht rösten von diesem Mistding. Von dem her lassen wir uns auch nicht überrollen oder so. No! Schon wieder zu kurz, oder was? So. Jetzt kommst du aber her. Hallo? Geht doch. Okay. Okay. Und diesmal kommen wir hier ganz unverfänglich wieder raus. Sehr schön. Eine Halleknalle haben wir. Gut, damit sind wir jetzt mit Turm 3 komplett fertig. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu Turm Nummer 4. Wenn ich mich nicht irre, müsste das diese hier sein. Was ist denn das da oben? Da kommen wir nicht rein. Okay. Aber da ist irgendwas. Turm Nummer 4. Geh auf. Yeah. Hallo? Ich komme. Rettet sich. Wer kann? So, mal sehen, was für ein Turm das ist. Oh, der ist ein bisschen bunt. Ich bin erstaunt, dich zu sehen. Die Worte werden von einem leisten Kich... Also. Die Worte werden von einem leisten Kich... Begleitet. Hihihihi. Willst du jetzt schon... Oh mein Gott. Ah. Schattenmarki erscheint. Das ist der echte, oder? Nö. Oh mein Gott. Okay. Super. Tot. Toll. Ah. Oh Gott. Ein Ballausakt. Na toll. Wow. So, wir gehen erstmal hier entlang. Und hier nach oben. Hallo? Geh weg. Der Markier starrt dich böse an. Argus gelähmt. Fuck. Geh doch weg. Nein. Boah, geht doch. Ich hasse es, wenn die Markier mich böse anstauen. Und ich gelähmt bin. Ah. Ich werde dich pieksen, bis du tot bist. Der Markier starrt dich böse an. Argus gelähmt. Haha. Da hast du gestaunt. Was? Ja, ja. Ich kann dich auch hier pieksen. Und stoßen. Ha, ha, ha. Ui, da kommen wir rüber. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Hier ist nichts. Cool. Da ist noch ein Markier. Der ist aber tot. Tja. Das passiert halt, wenn man sich mit mir anlegt. Hallo? Ist da der nächste Markier? Du willst dich auch mit mir anlegen? Dein Mut wird auf die Probe gestellt. Bewähre dich. Ja, mach ich doch. Also. Ich bin hier voll mutig und so. Ich hab hier schon... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Markier besiegt. Ja, 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 ja. Hoppala. Oh. Wächter erscheint. Fuck. No, was bleibt der Wächter da? Der Markier schadde ich bis an. Arg ist gelähmt. Der Markier schadde ich bis an. Arg ist gelähmt. Geh doch weg. Der Wächter erscheint. Na toll, geh weg. Der Wächter kann ich da nicht entgreifen, ne? Wächter erscheint. Geh weg. Wey. Der Markier schadde ich bis an. Nichts geschieht. Der Markier schadde ich bis an. Arg wieder den Blick. Da ist denn der, der Dinger gelähmt, ne? Der Markier bin ich wieder. Der ist ja voll erstaunt, alter. Wow, der schadet mich jedenfalls böse an. Nichts geschieht. Bam. Wow, den kann man rumwerfen. Wenn man da mit dem Typ da schaden. Nein, schade. Nein. Wächter erschafft ein Wacom. Äh? Okay. Und was hat das zu bedeuten? Oh fuck, schon wieder hier. Oh man, ich hab die doch geradeaus besiegt. Na, geh doch weg. Der Markier schadde ich bis an. Nichts geschieht. Ah. Arg ist gelähmt. Fuck. Ey, ich bin doch gerade gar nicht da. Ich war doch gerade gar nicht da, ihr blöden Mistkerle. Stirb. Wow, Level up. Ja, Level 6 erreicht. KP steigt um 7. Abwehr steigt um 1. Glück steigt um 1. Ja, ich weiß, dass es nur ein Glück heißt. Ich weiß. Hätte mir auch vorher einfallen können, aber ist ja scheißegal. Oh, schon wieder so ein Ding. Muss ich das woanders hinwerfen? Nö. Okay. Vielleicht gibt's ja noch woanders sowas. Der Markier schadde ich bis an. Arg ist gelähmt. Oh, hör auf mich böse anzustarren. Ich will nicht dauernd gelähmt sein. Geh weg. Arg, wieder den Blick. Haha. Ja. Nichts geschieht. So. Kaputt. Sehr schön. Da ist wieder was zu merken, glaube ich. Ja. Yeah. Okay, doch nicht. Nicht yeah. So. Geh weg, blöder Wächter. Ah, Ag ist eingeschlafen. Tja, du kannst da so viel saugen, wie du willst. Wächter erscheint. Wow, 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 wovend. Ich kann ihn piksen? Yeah. Ich kann ihn ganz oft piksen. Kann ich den noch töten? Oder so. Das ist ein Kristall. Ich glaube nicht, dass ich ihn töten kann, aber... No. Ag ist eingeschlafen. No, no, no. Wach auf, wach auf. Nein! Okay, wir können hier den Wächter anscheinend ein bisschen kitzeln. Wir probieren es einfach mal, ob wir den kitzeln können. Scheint irgendwie zu klappen. Oder auch nicht. So. Anscheinend geht da gar nichts. Was, wenn wir uns jetzt einsaugen lassen? So. Oh, cool. Warten wir da bitte wieder, bis der da erscheint. Vielleicht geht der ja irgendwann kaputt. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wieder weg. Oh, toll. So. Mal sehen. Mal sehen, was er als nächstes macht. Oh nein. Schon wieder das scheiß Vakuum. Wächter erschafft ein Vakuum. Ja, und damit erschein wir hier. So. Okay. Diesmal müssen wir es aber übers Seil drüber schaffen. Und da am besten da. So. Am besten. Am besten wieder hier rüber und da oben runterfallen, würde ich sagen. Das ist, glaub ich, die beste Möglichkeit. Der Magik stelle ich böse an. Ach, geh wieder den Blick. Damit ist der Fatzke erstmal gelähmt. Nichts geschieht. Ah, und jetzt ist er kaputt. So, weil hier passiert ja nichts. Was passiert denn, wenn ich hier runterfalle? Oh, dann bin ich hier. Na toll. Hey, was war denn das gerade für ein Witz? Achso. Wächter erscheint. Geh weg. Der Magik schadet dich böse an. Arg ist gelähmt. Fuck. Fuck. Der Magik schadet dich böse an. Arg ist gelähmt. Oh. Hör auf, gelähmt zu sein. Hör auf, gelähmt zu sein, habe ich gesagt. No. Wow. Wächter schafft ein Vakuum. Äh. Ich blick's nicht. Ich blick's nicht. Wie komme ich denn hier weiter? Also, der Mut wird auf die Probe gestellt. Achso, dann hat es irgendwas mit dem Magik. Statt dich teuflisch an. Oh mein Gott, da kann ich teuflisch ansterren. Das ist ja unfair. Ich will auch teuflisch ansterren. So, was kann ich denn an hier machen? Nichts. Okay. Der kann mich auch teuflisch ansterren. Ah, aber jetzt ist er kaputt. So, was können wir denn hier unten machen? Nichts. Okay, wenn meine, wenn mein Mut auf die Probe gestellt werden soll. Dann bleib ich mal hier stehen. Vielleicht falle ich automatisch runter. Oh. Oder ich lasse mich fallen. Wächter erscheint. Nein, nicht. Verdammt. Nicht. Achso, kann ich noch weiter runter? Muss ich mal ausprobieren, ob ich dann noch weiter runter kann. Aber ich glaube nicht. Wey. Wir probieren's aber mal. Oh, ich kann doch weiter runter. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, Münzen. Ganz viele. Okay, wo sind wir jetzt hier? So, statt hoch müssen wir runter. Oh nein, da ist der Wächter schon wieder. Geh weg. Ich will dich sehen. Jetzt noch nicht. Und wir wurden gerüstet. Cool. Auf dem Seil. So. Wey. Boah, ich kann die auch so angreifen. Das ist cool. Okay, weiter geht's. Hallo. Wey. Ich hab dich kaputt gemacht. Oh, das ist das Ding. Oh, da ist eine Münze. Da ist eine. Oh, schnell. Okay, da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Wow. No. So, wo erscheint das Mistviech? Da erscheint's. No. Jetzt haben wir's aber erwischt. Yeah. Oh mein Gott. Und da kommen wir hoch. Ja. Wir sind anscheinend jetzt richtig. Glaube ich zumindest. Jetzt erscheint hier gleich wieder der Wächter und macht mich gut. Aber hier scheint was zu sein. Sonst können wir da nicht weiter. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier oben. Das heißt, die war glaubt im Kristall da drüben. Wächter, geh weg. Oh. Okay. So, da ist der Kristall. Den holen wir uns gleich mal. Und machen das Viechständer kaputt. Ah, nicht treffen lassen. Nö. Oh, ich bin eingeschlafen. Fuck. Nein, 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 nein. Tja. Blödes Mistding von Wächter. So schnell kriegt man mich nicht. Nö, nö, nö. Okay. Wächter erscheint schon wieder. Wack ist angeschlossen. Nein, 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 nein. Wach auf, wach auf. Wach auf. Oh mein Gott, das war knapp. Dass der Wächter hier aber überall hin kann, das ist voll unfair. Und ich nehme immer voll viel Schaden. Hier ist der Tor. Oh, 44 Thaler halten. Okay, das sind Thaler. Die Währung ist also Thaler. Hopp, hopp, hopp. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Ausweichen. Und nach oben. Jetzt können wir aber nach oben, oder? Komplett nach oben, glaube ich, zumindest. Da drüben ist eine andere Treppe. Es gibt noch einen anderen Weg nach oben. Oh mein Gott. Das glaube ich jetzt aber nicht. So, hallo. Wächter erscheint. Der Wächter kann mich mal. Wächter erscheint. Der Wächter kann mich mal, habe ich gesagt. Nein, 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 nein. Fuck. Nein. Ich mag nicht schon wieder von vorne. Der Wächter kann mich mal. Wächter, geh weg. Nein. Der Wächter schafft einen Narakum. Er kann mich mal im Arsch lecken. Dieser scheiß Wächter. So. Wächter erscheint. Warum hat der ja voll den Vorteil hier? Mag ja, geh weg. Ich habe gesagt, du sollst weg. Nichts geschieht. Aha. Tschüss. Oh, waren wir da drüben schon? Da können wir jetzt nicht runterfallen. Hä? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war. Oh nein, der Wächter erscheint. Geh weg. Nein! Aufwachen! Ja, okay. Geschafft. Puh. Der Wächter kann mich nämlich mal kreuzweise hier. Nein, wir wurden geröstet. Cool. Auf dem Seil. Mal wieder. Zum zweiten Mal. Wey! No. Das war nicht so cool. Voll die uncoole Performance gerade. Egal. Yeah. Hey, geh weg. Pieks dich. Aha. Ich habe dich zu Tode gepikst. Oh, wir kriegen ganz schön viel Geld hier. Das ist schön. Er kann. Ich wurde doppelt geröstet. Na toll. Wey! So. Hoch mit uns. Weg von diesen Röstis. Da können wir jetzt auch einfach hoch. Interessiert mich gerade nicht so viel. Ich will wieder da ankommen, wo ich war. Magier starte dich böse an. Hey, ich bin nicht da. Wey! Der Magier starte mich schon wieder böse an. Und ich bin schon wieder gelähmt. Nichts geschieht. Ja! Oh, arg ist gelähmt. Verdammt. Hallo, hör auf! Geh doch nicht durch mich durch dann! Du sollst weggehen! Erke wieder den Blick. Yeah! Sehr schön. Besiegt. Gott sei Dank. Ich habe gerade schon wieder Angst. Unglaubliche Angst. Glaubt ihr gar nicht. Ah, Wächter, geh weg. Yeah. Das ist aber nicht getroffen. So. Jetzt erscheint er schon wieder von der Seite hier. Das ist ja unglaublich. Geh weg. Blödes Arschloch. So. Kaputt. Da ist noch eins. Na toll. Schon wieder sind wir gerüstet. Was passiert hier? Haben wir hier falsch? Ne, hier kriegt man ein Kristall. Hier kann man nicht falsch sein. Ja, ein Kristall erhalten. Oh mein Gott. Schon wieder runtergefallen. No. No. Ach, nö. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist ja scheiße. Oh. Jetzt habe ich den ganzen Weg schon wieder laufen. Mit diesem blöden Wächter hier. So. Lassen wir uns mal hier fallen. Tschüss, ihr blöden Schattenmagier. Oh. Oh, was war das gerade? Oh. Oh, nö. Wächter erscheinen. Mimi. Haha, er siegt. Yeah. Bam. Okay, das kriegt man. So. Was passiert da? Okay, nichts. Wey. Geh mal kaputt hier. Nein. Du sollst kaputt gehen. Du auch. Hopp. Okay. Ah, Mist. So. Geh mal weg hier. Ich will hoch. Geht doch. Ich will ganz schnell hier hoch. Weg von diesem Wächter. Der mich hier extrem nervt. Und weg von diesem Magier hier, der mich auch gerade extrem nervt. Ah. Jetzt kommt da gleich wieder links der Wächter. Bam. Trifft mich aber nicht. Gott sei Dank. Da trifft er mich auch nicht. Aber jetzt gleich. Wetten. Aber ich hab die Münze jetzt nicht erwischt. Egal. Okay. Ah. Wir sollten da gleich rüber. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Bei den Kristall haben wir ja. So. Da kommen wir eh beide auf die gleiche. Hä? Aber ich hab doch gar nichts. Was? Warum? Warum? Warum falle ich schon wieder runter? Aber ich hab langsam keinen Bock mehr. So. Runde mit mir. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will doch nur diesen scheiß Turm hier schaffen. Wächter erscheint. Der kann mich gerade mal. Der Wächter kann mich mal. Hast du gehört? Scheiß Wächter. So. Ich bin geröstet worden. Wie immer. An dieser Stelle. Dafür hab ich schon wieder all meine Leben. Haha. So. Okay. Jetzt machen wir es hier ganz schnell. Tschüss. Ja, du kannst so viel, wie du willst, deine Dingsattacke einwenden. Bam. Kaputt. Und die Münzen lasse ich jetzt liegen. Die Taler. Das ist mir gerade wurscht. So. Weiter geht's. Hopp. Jetzt sind wir hier. Geh weg. Jetzt sind wir wieder hier. Wo hier gleich der Wächter erscheint. Hey. Ausgewichen. Wunderschön. Das geht doch richtig flott jetzt. Hopp. Und wir wurden trotzdem geröstet. Geh weg. Wow. Warum sind wir gerade so stark? So. Gehen wir hier mal her. Und jetzt hier. Jetzt wird man wahrscheinlich gleich wieder runtergeschöpst. Oder auch nicht. Yeah. Yeah. Magisch hat dich besäen. Ah, wieder den Blick. Ja, Magisch hat dich besäen. Ah, gesklänt. Geh weg. Oh. Nichts geschieht. Geh weg. Okay. Warum sind wir zwei Truhen? Ah, nee. Wunderknalle. Ui. Die ist besser, oder? Und Vitalelixier. So, und, äh. Jetzt? Jetzt gehen wir hier ganz vorsichtig rum. Und irgendwas sagt mir, dass da drüben was ist. Wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir da hin? Hm, das ist eine gute Frage. Da ist schon wieder der scheiß Wächter. Geh weg. Ich habe jetzt kein Bock, schon wieder runterzufallen. So. Ich glaube auch nicht, dass wir es hier müssen. Aber unser Mut wird getestet. Warum ist denn da eigentlich das zweite Seil? Nur damit wir... Na, das glaube ich nicht. Irgendwas muss da... Irgendwas ist da. Müssen wir da runter? Ich glaube, dass da irgendwas ist. Nö. Ah, stelle ich böse an Argus geämt. Na toll. Es hat mal wieder Zeit für mich rumzuprobieren. Als bin ich schon wieder... ...hier am... ...dings. Egal, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich wieder rumprobiere. Bis dahin, ja. Danke fürs Zuschauen, bla bla. Und so weiter und so fort. Tschüss.